COCO, OMNIA und OMNIA STEAM sind die Aushängeschilder der FEGB Produktpalette. COCO ist eine hochklassige Sauna, die in der Größe nach Ihren Wünschen gestaltet werden kann. Hochwertige Materialien, insbesondere Holz, elegantes Design und Hightech-Lösungen. Schön, gemütlich, vielseitig, optisch ansprechend. Die Sauna Ihrer Träume, die der Zeit trotzt. Mit OMNIA und OMNIA STEAM können individuelle Bereiche für Hamam und Dusche eingerichtet werden. Sie sorgen für die Konstruktion, die Verkleidung und die Details nach Ihren Wünschen. Für den Rest sorgt FEGB. Wir liefern alle notwendigen Materialien, um den Hamambereich einzurichten, den Sie sich immer gewünscht haben. In der Ausführung OMNIA liefert FEGB eine Anlagentür mit dem Bedienpanel, der Farblichttherapie und der Dampfaustrittsanlage. Der Dampferzeuger steht mit verschiedenen Leistungen und allem Montagezubehör zur Verfügung. In der Ausführung OMNIA STEAM ist der Dampferzeuger bereits in der Anlagentür enthalten. Erhältlich sind auch weitere Accessoires wie Becken, eventuelle Glasteile und Sitzbänke. Die Produkte der Marke FEGB sind jedoch nicht nur funktionell und schön. Mit COCO OMNIA und OMNIA STEAM ist es wirklich ganz einfach, die Saunakabine und das Hamam nach individuellen Vorstellungen zu bauen. In wenigen Minuten zeigen wir Ihnen, wie das geht.